Moin Leute Heute habe ich mal Post bekommen und zwar von Amazon Ich habe mir ein Spiel bestellt Ich will es jetzt mal unboxen für euch Da hätten wir Star Fox 3D Für die Nintendo 3DS Ja Jetzt wollen wir die Furie abziehen So Und sieht das aus Star Fox 3D Handbuch Spiel Club Nintendo Karte Genau Die Rückseite Das ist ein sehr gutes Spiel Gibt es momentan bei Amazon für 32 Euro Genauso wie Zelda 3DS Kann ich beide Spiele sehr empfehlen Für den Preis Kann man nicht meckern Aber bei Mediamarkt gibt es die momentan zum selben Preis Also das heißt Dienstag hinlaufen und holen oder bei Amazon bestellen Für den Preis Kann man nichts falsch machen Das war es soweit von mir Ich werde noch ein Review Zu Star Fox 64 3D machen Und das werdet ihr in meinem nächsten Video sehen Bis dann Leute Tschüss Tschüss Schmal Wie gehts Schnell